Und weg. Das ist gar nicht so schlimm, ne? Also wenn du hinten bist, weil da springen sie sozusagen von der Entfernung nicht so hoch. Da musst du nicht so rausziehen. Ich muss mich kurz konzentrieren. 7.9 Sekunden. Ja, aber gut. Es geht. Okay. Waaaaah. Das ist echt smooth eigentlich so. Das ist wieder diese fiese. Ja, hast du gemerkt? Die muss ich... Zieh hier immer raus. Einfach Leitwinkel aufziehen, sonst kriegst du ihn nicht. Jetzt kannst du hier das Smooth rein. Und der letzte Teil. Passt, oder? Ja. Den einen muss ich ein bisschen besser machen. Dann ziehst du einfach weiter auf und dann ist gut.